hallo und herzlich willkommen zurück bei shazadi spielt hausflipper ja wir sind immer noch hier in unserem verbrannten häuschen am renovieren neue aufnahme session und ihr habt ja das letzte mal gemerkt dass mich das hier mit diesen bodenplatten und sowas absolut nicht in ruhe gelassen hat ihr werdet es nicht glauben ich habe abends dann noch mal mit dem leben drüber gesprochen er sagte ja doch die bodenplatten gibt es ja und ich war dann irgendwann völlig verzweifelt und dachte ich sei dem wahnsinn nah weil ich da nichts gefunden hatte und es ist tatsächlich so ich habe dann noch mal in dem alten video geguckt also quasi wo ich es nicht gefunden hatte da stand das hier bei da hatte ich ja auch schon geschaut aber da stand hier decken und dadurch dass da decken stand habe ich das in keinster weise in verbindung gebracht mit bodenplatten weil ich dachte decke 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 keine decke decke und just an diesem tag kam eben ein update und der liebe rayman sagte zu mir warum liegt es doch da steht doch da bodenbedeckung ich sag nein da steht nicht bodenbedeckung und dann habe ich wie gesagt in den aufnahmen noch mal geschaut und bei mir stand dann da decken und deswegen bin ich da gar nicht drauf und dieses update kam quasi genau nach meinen aufnahmen welches das geändert hat mit decken und bodenbedeckung so jetzt haben wir das geklärt wie machen wir weiter ich würde gerne diese bodenbedeckung hier tatsächlich verkaufen und würde da gerne neue hin machen wir wissen jetzt auch wo wir sie finden bei den bodenbedeckung woop woop gesteigplatten gesteigplatten die gesteigplatten kopfstein pflaster ohne bord stein bin ich eigentlich noch das bisch finde ich ganz schön kauf viele ok warum gucken da hinten jetzt das gras raus setze ich die gerade ich setze sie schief fängt ja schon wieder alles supi an heute ich bin so stolz auf mich warum gibt sie nur so schmal ein meter mal ein meter und jetzt das ganze ja egal kommen wir nehmen die mit rand in beige mit beigem rand kauf viele so okidoki aber wir können die aber so ein stück übereinander setzen dass das so ineinander übergeht ok so finde ich das schon mal ganz schick so ja ich weiß es wird bei mir aber immer so sein dass ich viel zu viel wert auf diese gartenbeachtung stecke weil ich einfach gärten mag wie der liebe rayman schon irgendwo mal drunter kommentiert hatte haus ist egal hauptsache der garten sieht gut aus genau so ist es wie weit kann ich das jetzt setzen kann ich das da aber nicht dran setzen guck mal es verschiebt sich dann nicht geht dann oben drüber das sieht doof aus kann dann hier vorne vielleicht noch so eine halbe hinsetzen eine halbe ganze rödel 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 kopf beim pflaster meter mal 50 genau nee beige mit beigem rand eine kaufen sollen die setzen wir jetzt das ist nicht beig mit beigem rand guck mal die sieht ganz anders aus als die und setzt sich auch nur da drauf ja dann lassen wir das weg so obwohl ich ja jetzt schon gerne hier rund rum wir machen das rund rum hoffentlich klappt das was sind das hier unten noch die steigt beton lecker ne wir bleiben mal schon bei dem kopf stein pflaster oder habe ich da jetzt oh ich hatte orange genommen oh ups geht das denn jetzt so dass wir die aha aha okay das geht moment mal so rum geht besser beziehungsweise einfacher hier wird es aber nicht gehen ich weiß ja wir könnten ja hinten auch die terrasse aus holz lassen so wenn ich aber jetzt hier bräuchten wir hier noch so ein verschnitt ne macht er nicht das ist doof ach quatsch ne das ist jetzt nicht ganz klar oh ok 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 momente mal really die da hinten müsste eins weiter hier sein nicht ihr ernst oder doch es ist ihr ernst hey aber so können wir rasen mähen schaut mal wir setzen einfach überall platten hin verkaufen die dann wieder haben wir rasen gemäht völlig easy aber das geht hey wir haben es hingekriegt nur die frage aber den rest noch so hinkriegen ne oder zumindest ich würde es jetzt hier tatsächlich einfach so so belassen so das finde ich ganz schick und jetzt machen wir drinnen nochmal ein bisschen was war wir waren ja das mit den bodenplatten es hat mir das letzte mal wirklich keine ruhe gelassen definitiv das hat mich das hat mich fix so fertig gemacht wieso kriege ich diese platte jetzt hier nicht weg ich möchte diese platte nicht so ok hier hatten wir schon heizkörper installiert genau die fenster hatten wir alle geputzt da wie sieht denn das hier mit denen ja die müssen wir auch montieren haben wir das jetzt noch als erstes dass wir hier neue steckdosen und sowas hin machen achso ich muss das erst ganz erstes eine ganz weg damit das neue ganz dran kann so fangen wir wieder rein dass wir uns hier ein schönes häuschen machen dass wir es vielleicht ganz gut verkauft kriegen das ist ja wieder der eine typi das dafür interessiert hat sich das letzte mal schon für das andere aus interessiert ich glaube der interessiert sich einfach für alle häuser die wir verkaufen findet er toll so achso mal gucken was soll aus dem zimmer machen wie wäre es mal mit schnitteln das ist glaube ich eine sache die ich immer sehr schnell vergesse lichtschalter modern genau so und das räumchen schon fertig jetzt ist natürlich die frage genau hier war küche hier war bad dann ist das hier so eine kleine wohnstube und das ein schlafzimmer wollen wir nicht schon so ein bisschen ja mal wo kommen die denn her ihr seid ja süß kinderdecken leuchte weihnachtsstern haben wir schon weihnachten hast du was verpasst wir haben juli so hier für schlafzimmer finde ich sowas eigentlich in hell in weiß schwarz ganz schön so für ein schlafzimmer eine lampe mit fenty finde ich jetzt nicht schlecht und macht ein schönes warmes licht so dann bräuchten wir auch noch ein paar türen die würde ich gerne alle einheitlich belassen wende zu fußbodenmöbel türen und vorhänge und jalousien genau da hat der mich auch noch aufmerksam drauf gemacht dass wir hier nicht nur türen haben sondern auch vorhänge und jalousien obwohl die eingangstür schranktür schiebetür einzelne schranktür innen tür ne also dann würde ich schon gerne die eingangstür ich mag ja so helles holz tatsächlich sehr dunkel finde ich auch immer gut oder schwarz und schwarzes holz wengenholz kirchbaum ne ne wenge finde ich auch noch schön da finde ich fast das schwarz schöner als das schwarze holz aber mir gefällt wenger sehr gut wenge mit hellem griff komm das wird oh ja und nein für ein kerl ne komm ne 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 so so und springt uns der und das passt gut hier draußen mit hin mal schauen soll die tür so rum aufgehen ne dreh die mal komplett so eins nach hinten geht das hier hin so schön wie das aussieht ne das haus voll verbrannt aber hauptsache die schöne tür ist drin das ist wichtig eine schöne tür so dann hätte ich gerne noch eine schöne innentür beru weiß eben holz eingangstür ne innentür braun margoni weiß eben holz da hat man ja voll die voll die auswahl nicht dann so so rum ne ich finde es andersrum wieder schöner so dass die tür in die richtung aufgeht zu der wand hin ja gut obwohl hier weiß ich nicht ob wir hier nicht einen ausbruch machen und ähm warte mal klo spülbecken dusche dann muss die tür leider auch wieder andersrum ne so rum mein war schon richtig so das hier werden wir weg kloppen oh ne ja so so muss das ja dann würde ich sagen das ist schon mal cool so schlafzimmer wohnzimmer schau mal die auf jeden fall genau moment wo haben wir denn hier unseren vorschlaghammer machen wir erstmal weg den dressier ist dann glaube ich ein bisschen schöner schon wieder das alte Pär hat das alte Pärchen nicht erst das andere Haus gekauft oder bin ich jetzt irre ich bin auf jeden fall irritiert so so wir reißen das noch weg so das stück okay fällt auch noch weg so ja dann machen wir hier so eine schicke Küchenecke hin wäre eigentlich fast schon mal hier noch ja so eine durchreiche machen könnten aber ich weiß nicht ob das funktioniert oh zerstörung schnelles abreißen verbesserter hammer so naja ja auf jeden fall sind wir in unserem verbrannten häuschen schon ein ganzes stück weiter gekommen und ich würde sagen wenn es euch gefallen hat lasst mir gerne einen Daumen nach oben da schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an wenn euch gefällt was ihr seht würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen beim abonnieren Glocke aktivieren nicht vergessen wir sehen uns dann das nächste Mal wenn es weiter geht mit unserem kleinen verbrannten Häuschen bis dahin eure Shazadi Ciao Ciao